Ja das sollte, das sollte machbar sein, denke ich mir. So, warte mal, Hingokush und Camdog. Was fehlt jetzt noch? Nur noch Camdog. Okay, komm, Camdog. Und dann hauen wir hier noch so eine rein. Zumindest mal für eine kurze Runde. Krass, was da jetzt für Zeug rumflattert. Es wäre vielleicht mal ganz schlau, dann die nächsten Diamanten in die Apotheke zu stecken. Das sind 134, das sind 400 irgendwas. 134, 134. 128. Okay, macht eigentlich dann Sinn. Ergibt Sinn. Nein. Ja. Geil und so. Oh, eine Mülltonne. Das war jetzt auch wieder dumm, da drauf zu klicken. Hier fliegt alles rum und ich denke mir so, oh, noch eine Mülltonne. Geil. Das war sicher irgendwelche. Ich vermute, ich kann Omas Haus das nächste Mal erst upgraden, wenn ich im Level gestiegen bin. Denke ich mir. Ich meine, hier steht irgendwie nichts. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das jetzt hier alles war mit Oma. Ich meine, hier ist ja noch ein... Dingens. Freies Feld. Ja. Ne Bank und ne Mülltonne. Da klicke ich aber jetzt nicht drauf. Weil ich eh den Platz nicht hab. Und nachher ärgere ich mich nur wieder. Ja gut, also die Story-Mission wird noch ein Weilchen dauern müssen. Drei Minuten und acht Sekunden jetzt noch. Das war's schon. Ja! Ja! Und da. Ja! Das war's schon so. Das war's schon. Ich habe. Der Tee ist noch heiß. Okay. Ist hier noch irgendwas anderes, was ich vielleicht machen kann, um noch ein paar Diamanten abzustauben? Backwaren, das dauert richtig lange. Empire Cupsorten auch. Ja, dann... Aber 153. 15 sind es auf jeden Fall bis jetzt. Butter! Chemdog braucht noch, ist aber auch bald fertig. Geil! Geil! So... Ähm... Genau. 103. Und damit habe ich die 20 Diamanten fast safe. Ich muss aber noch ein bisschen was abschneiden, um noch ein paar Punkte extra da zu kriegen. Denn andernfalls... Ähm... Ja. Werde ich vielleicht in letzter Sekunde noch... Äh... Erledigt. Alter, 100... Wie viel Platz habe ich jetzt noch? Ich habe immer noch. Ich habe immer noch. Nicht mehr so viel, aber ich habe immer noch. Gut. Dann machen wir jetzt mal allerhand Dinge, für die man... Empire braucht. Schön weg mit dem ganzen Schrott. Ja, gut. Das war jetzt ein bisschen dämlich. Aber... Ja. Ja. Das war jetzt ein bisschen dämlich. Ja. So, das ist gleich fertig. Geil! Das ist echt krass. Wenn man mehr abschneiden kann, weil man mehr Platz im Lager hat, hat man viel mehr Möglichkeiten... ...den Scheiß hier auch einfach... ...wegzukloppen. Warte mal, die Butter habe ich für was anderes gebraucht, oder? Ja, genau. Dafür. Oh, warte. Da fehlt noch Chemdog. Zwar nur eine Blüte, aber sie fehlt. Das lasse ich offen. Äh... Na komm, noch eine Chemdog rein. Kann man die hier nämlich abschneiden. Und nachpflanzen. Und nachpflanzen. So, also, was habe ich jetzt gesagt? Die Marshmallows sind gleich fertig für nochmal Donuts. Mhm. Mhm. Ach, guck mal. Ich könnte Brownies machen, aber damit warte ich noch kurz, weil... Oh. Ich möchte erst mal gucken, was der Zug von mir will. Danke, danke, danke. Boah, das... Das ist nervig. Okay. Ich muss eine Sache aus dem Lager entfernen. Aus dem Schuppen meine ich. Eine Sache. Ähm... Brauche ich gerade für irgendwas Gießkannen? Ne, ich glaube nicht. Komm, dann... Dann... Hau ich die Gießkannen weg. Habe ich sonst noch was an? Ne, komm. Die Lampenschaltung. Ja, ja, ich weiß das.